Ja, und wenn ihr jetzt also das Gerät einrichten wollt in der App, dann müsst ihr hier das Gerät raussuchen. Das ist in diesem Fall das Fresh Element Mini. Wir können hier bestätigen, dass die Einrichtungs-LED des Internets, des Wi-Fi, schnell funktioniert, schnell blinkt. Und wir müssen hier das Zielnetzwerk sein Passwort eingeben. Auf Weiter drücken. Jetzt in das WLAN wechseln. Und zwar in das WLAN des Gerätes. Das fängt mit PadKit an. Und nach der Verbindung können wir wieder nach PadKit wechseln. Und was könnte er uns hier gefragt haben? So, und dann geht es hier an der Stelle voran. Wir warten jetzt auf die Bestätigung, dass alles so passiert ist, wie wir das wollen. Das Gerät piept. Nehmen wir an, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ihr kennt sogar, dass der Deckel geschlossen werden muss. Dann machen wir das mal. Bestätigen mit OK. Dann können wir noch einen Namen für das Gerät hinterlegen. Das schenken wir uns mal. Und dann können wir einen Plan anfangs zu hinterlegen. Das machen wir dann später mal. So. Jetzt klicken wir uns hier nochmal durch und weg. Und genau. Haben hier das neue Gerät ohne Futterangabe. So. Und hier können wir jetzt beginnen, einen Plan zu erstellen.